Die Vampir-Schwestern Dacaya und Sylvania sind zurück. Boi, boi, boi! Und mit ihnen alte Bekannte. Diesmal haben sie keine Chance. Und neue Freundschaften. Es tut nicht weh. Das ist ja sowas von obervampirolaktisch super mega geil. Krypt und Krax spielen im Bad Church Club. Da müssen wir hin. Nein. Weißt du, wer der neue Manager von Krypt und Krax ist? Dieter Bohlen? Es ist Xanthor. Der Xanthor. Ich lass mir das nicht verbieten. Wie heißt du? Dacca. Dacca. Dacaria gehört mir. Die perfekte Vampir-Dienerin. Diesen Herbst dreht sich alles um große Gefühle. Er hat ein Lied für mich geschrieben. Was? Und jetzt ist Dacca verliebt. Das war nicht ich, das war Karl-Heinz. Ein düsteres Geheimnis. Ich fürchte, irgendwas ist faul. Etwas mit dieser Band vielleicht. So unheimliche Typen. Moodo ist total süß. Der ist nicht unheimlich. Findest du diesen Moodo jetzt auch so toll oder was? Dacca ist den Moodo verknallt. Und jede Menge vampirolaktischer Abenteuer. Dacca! Los und Moodo für die nächsten tausend Jahre. Lass mich los! Was machen wir jetzt? Ich habe die Situation voll unter Kontrolle. Nach den Bestsellern von Franziska Gehm. Der liebt den einen Vampir. Die Vampir-Schwestern 2. Fledermäuse im Bauch. Was haben Sie denn angestellt? Das blutet ja. Ich habe bloß... Die Blutwerte sind soweit okay, aber die Cholesterin ist zu hoch. Ab 16. Oktober im Kino.